halli hallo ich meine lieben freunde nur ein ganz ganz kleines video hier mal am rande und zwar ein kleines informations video denn ich habe es nicht geschafft zu live streamen super das war ja eigentlich gesagt dass ich jetzt montag dienstag einen tag davon live stream werde ich habe es aber nicht geschafft tut mir leid habe auch nur kurz zeit für dieses kurze kleine info video und ja ich denke wir verschieben das auf nächste woche und würde ich sagen sehen wir da uns montag oder dienstag das entscheidet sich noch es tut mir leid es tut mir wirklich leid aber na ja wir sehen uns dann also das blendet 3 ich habe das abrufen wieder die ganze falsch gesagt lasst kleine 3 zocken wir natürlich aber wie gesagt ich habe es diese woche nicht geschafft also dann bis nächste woche ca 21 uhr 21.30 rum wird es losgehen ja und dann geht ab bis denn montag und dienstag ihr seht's ja dann auf der staatsseite ciao